Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, aber mal wieder ein etwas anderes Video. Denn normalerweise teste ich ja immer Produkte, packe sie aus, berichte über sie und aktuell bin ich noch dabei mit den Sony WH-1000XM4. Um die soll es aber gar nicht in diesem Video gehen, denn während meines aktuellen Langzeittests ist jetzt ein bisschen was dazwischen gekommen. Nämlich es gibt Nachfolger, wie habt ihr noch nicht von gehört, zu den WH-1000XM5. Naja, ich habe für euch erste exklusive Informationen zu den neuen Over-Ear-Kopfhörern von Sony. Und wenn euch solche Videos gefallen, dann gebt doch dem Video gerne mal einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und wir fangen jetzt an mit dem Sony WH-1000XM5. Denn das werden die Nachfolger der WH-1000XM4, den wohl aktuell echt mit besten Over-Ear-Kopfhörern, die es auf dem Markt gibt. Mit Noise-Canceling und vielen coolen Funktionen, wie zum Beispiel auch einem Touchpad. Denn mir wurden jetzt durch eine öffentliche und auch eine private Quelle exklusive Informationen zu diesen Kopfhörern zugespielt. Unter anderem hochauflösende Render-Bilder und erste technische Daten. Die werde ich euch jetzt auch mal einblenden. Die findet ihr aber auch nochmal, wenn ihr die nochmal detaillierter anschauen wollt. Auf techniknews.net, wo auch ein Artikel jetzt gerade online gegangen ist, wenn ihr dieses Video sehen könnt. Wie man auf den Bildern sieht, die Kopfhörer sind echt neu designt. Wir haben ein wirklich cleanes, aufgeräumtes, frisches Design. Das ist vor allem der Hauptteil, was mich so ein bisschen ärgert jetzt. Als ich mir die jetzt letztes Jahr im Roundabout Dezember gekauft habe, hätte ich nicht vielleicht warten sollen. Aktuell sage ich Jein, weil ich mit dem XM4 super zufrieden bin. Aber ich werde doch schon ordentlich neidisch, wenn ich die XM5 jetzt sehe. Die wird es wieder in zwei Farben geben. In Schwarz, aber auch in Silber, sagen sie. Für mich sieht es ein bisschen nach Sandstone aus. Finde ich aber wirklich sehr gut gelungen. Vor allem, es ist echt wirklich krass aufgeräumt. Also wir haben wirklich eigentlich wie aus einem Guss so einen Kopfhörer. Wir haben vor allem auch die Kopfhörer jetzt an einer kleinen Stange, so ein bisschen hebelmäßig was. Und können sie dadurch dann verschieben. Aktuell ist es so, man verschiebt die Kopfhörer hier über so einen Mechanismus. Das Ganze ist jetzt in den Bügel integriert. Das heißt, wir werden sie in zukünftig hier da, wo das Sony-Logo ist, mit dem Mechanismus, mit dem Bügel, so. Der Bügel ist da jetzt mit integriert. Das finde ich, sieht wirklich sehr schick aus. Technische Daten mäßig habe ich leider noch nicht viel vorliegen. Ich kann euch aber mehrere Sachen sagen. Einmal, natürlich wie der AMCH im Büffel baut. Das Ganze wird mit zwei Prozessoren berechnet. Man sieht auf den Bildern auch drei Mikrofone. Da sagt Sony oder die Daten, die mir vorliegen, sagen, ja, Sony hat das Ganze wieder verbessert und neues Level und das Beste auf dem Markt. Was man immer so in solchen Statements sagt. Wir haben wieder einen Akku eingebaut, natürlich. Und der soll jetzt tatsächlich ganze zehn Stunden länger halten. Bei den XM4 sind wir bereits bei 30 Stunden, was schon echt eine Menge ist. Laut den Daten, die mir jetzt vorliegen, spricht Sony dort von den ganzen 40 Stunden. Das Ganze wird dann wieder aufgeladen mit USB-C, aber nicht mehr in drei Stunden, wie jetzt bei den XM4, sondern in dreieinhalb Stunden. Also wir kriegen für zehn Stunden längere Akkulaufzeit, kriegen wir dann halt eine halbe Stunde länger laden. Das Ganze kann man jetzt sehen, wie ich es will. Ich würde sagen, das ist einfach perfekt, einfach weil ich gehe gerne eine halbe Stunde länger laden, wenn ich dafür wirklich zehn Stunden länger Musik hören kann. Apropos Musik hören, das Ganze wird wieder über Bluetooth 5.2, also auf den neuesten Standard gebracht. So wie ein Klinkeanschluss ist, weiterhin vorhanden. Das finde ich weiterhin sehr gut, weil auch viele, die gerade auch mal an so einem Laptop anschließe, und dann möchte ich nicht unbedingt Bluetooth haben, sondern direkt Looseless in die Ohren. Und das kriegen wir dann durch ein Klinkelkabel. Es gibt wieder eine schicke Tasche dabei. Preislich und verfügbarkeitsmäßig habe ich noch überhaupt gar nichts vorliegen. Ich gehe aber davon aus, dass sich der Preis wieder so in dem, naja, roundabout 300, 400 Euro Bereich, ungefähr UVP-mäßig das mit denen die XM4 gestartet sind, befinden wird. Ein paar kleine Änderungen gibt es noch. Wir haben jetzt statt einem An- und Aus-Knopf einen Schalter. Das heißt, man kann es anschalten und ausschalten. Finde ich auch ganz gut, weil sonst drückt man immer so drei, vier Sekunden drauf, ein Schalter, zack, aus, ein Schalter, an. Und der Custom-Knopf wurde jetzt umbenannt in NC und AMB, also Ambient. Und auch das keine wirklich große Änderung. Das heißt, die großen Änderungen haben wir im Design. Wahrscheinlich nochmal verbesserte Soundqualität und ANC. Und wir haben einen größeren Akku und neue Bluetooth-Standards. Das heißt, wir haben jetzt ein relativ größeres Upgrade im Vergleich zu den XM3, zu den XM4. Aber was haltet ihr denn von den neuen Sony WH-XM5? Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Das war es mit diesem etwas improvisierten Video, aber ich wollte euch unbedingt darüber informieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Das wird dann wieder ein Festplug sein. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss.